5 zu 1 gewonnen. Das war leichter, als es viele erwartet hatten. Eindrucksvoll demonstrierte der in Rot spielende ETSV Würzburg, dass sie nicht gewillt waren, sich im Derby gegen Kasbach eine Blöße zu geben. Von der ersten Minute an beherrschte die Haubenthal-Crew den Lokalrivalen. 250 Zuschauer sahen bei traumhaften Fußballwetter eine dominant aufspielende Würzburger Mannschaft. Bereits zur Halbzeit führte das Team souverän mit 2 zu 0. Nach der Halbzeit wurde weiter nach vorne gespielt. Den Schlusspunkt zum 5 zu 1 setzte Annalisa Rützel mit ihrem zweiten Treffer. Die Mannschaft ist ihrem Ziel, verlustpunktfrei Meister zu werden, wieder ein Stück näher gekommen. gradiert. MarigasАß-Rützel mit Tom Augustus. Untertitelung von Betab at K type und Kake im ersten Treffer. Untertitelung des ZDF, 2020